Aber sowas von hundertprozentig, das ist schon mehr als hundertprozentig. Zwei farbige Augen? Das ist Lillys Frau! Sie ist in der Liga mit dem Geist! Lasst sie nicht auf meine zukünftige Frau zu bemerken! Alles klar! Jetzt sind wir die Bösen! Ich lasse nicht, dass ich meine Pläne verletzen werde! Oh, mein Kopf! Ich muss mich verletzen! Edward, er hat versucht, uns zu töten! Der Böse? Warum, warum hat er mich beschädigt? Das macht keinen Sinn! Oh nein! Der fallende Chandelier ist auf Feuer! Ich muss es rausziehen, bevor es spüren wird! Ich muss es rausziehen! Alles klar! Ich muss das Feuer jetzt so schnell wie möglich! Oh, nur in der Zeit. Oh, nur in Zeit. Oh mein Gott, der verletzten Bären ist noch immer wieder. Das können wir aufschrauben, das ist schon mal schön. Haben wieder ein paar Ketten. Petten, Petten, Petten. Alles klar, dann haben wir ein paar Petten. Kann ich nichts machen. Nehmen wir die Kette. Warte. Nein, 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 nein. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Ähm. Da komme ich nicht heran. Das ist völlig voraus so. Ähm, in die Bibliothek. Da waren wir noch gar nicht. Da haben wir was gefunden. Das können wir wieder wild rumklicken. Noch was gefunden. Ach so. Du willst also da ran. Dann schnapp dir mal den Piepmatz. Lauf. Wir haben etwas nützliches gefunden. Ein Juwelen besetzt Stab. Alles klar. Willst du nicht auch das Ding dann mal eben schnell holen? Nein. Ein Juwelen besetzt Stab. Ein von vier Schmetterlingen. Noch ein Schmetterling. Bald werden wir alle vier haben. Alles klar. Ja. Da sammeln wir noch ein bisschen. Ja. Ja. Da war er schon. Da. Da. Kann schon was sein. Alles klar. Ähm. So. Meine liebe Barone. Die fehlgeleitete Zuneigung ihres Sohnes für dieses armselige Bauernmädchen ist eine wahre Schande für unsere Familie. Ich stimme euch zu, dass wir in dieser Angelegenheit etwas unternehmen müssen. Jeden Ring seiner Großmutter zu geben war eine unglaubliche Dreistigkeit. Wir müssen dieser Beziehung ein Ende bereiten. Hochachtungsvoll. Namenlos. Kein Name. Alles klar. Ja. Genau. Ich klicke auf den Brief und das Paket wird geöffnet. Perfekt. Eine Nadel. Ähm. Die Blume ist nicht vollständig. Da fehlt etwas. Dann setzen wir doch mal das Ding da rein. Na dann. So. Eine fehlt noch. Eine fehlt noch. Der Wagenheber steht an einem Tisch fest. Ich könnte versuchen ihn anzuheben. Ah. Warte, 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 warte. Wir machen das ganze mal. Echt? Warum dürfte er eigentlich probieren? Funktionieren. Na guck mal. Ich könnte es immer noch zu kurz. Ähm. Ja. Gehen wir nochmal zurück. Gehen wir da mal rein. Alles klar. Dann machen wir doch mal nochmal so ein wunderschönes Rätsel. Ich weiß nicht, ich bin die Rätsel gar nicht schlecht gemacht. Ich kann mich über die Rätsel bisher nicht beschweren. Zwei mal das gleiche. Gut. Ähm. Einmal Sonne. Einmal. Mond. Einmal das. Einmal das. Einmal das. ob ich dazu bauen kann. Ich habe keine Ahnung, aber ich baue das einfach mal so. So, wir gehen mal mit dem weiter nach da. Hoppala, das wollte ich eigentlich nicht. Mit dem können wir dann gerne gehen. Ähm. Das können wir benutzen. Dann können wir gehen. Können das vielleicht zur Seite neigen. Damit ziehen wir nach oben weg. Jetzt haben wir einen Wassertruppel. Ganz toll. Dann fahren wir das mal so. Und so. Und so. Einmal das so. Und einmal das so. Wir haben den letzten Schmetterling gefunden. Jawoll. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Nein. Fragen, wer ist ein Schloss eingebaut? Das Schloss haben wir natürlich nicht. Warum auch? Warte mal. Funktioniert nicht alles klar. Dann machen wir jetzt erstmal die Schmetterlinge. Fertig. Fertig. Vertausche die Insekten, um das Muster nach oben nachzubilden. Du kannst nur benachbarte Insekten auch diagonal vertauschen, bei denen mindestens ein Aspekt identisch ist. Alles klar, wir versuchen jetzt erstmal... Den können wir schon mal vertauschen. Das ist schon richtig, den. Alles klar, die können wir nicht vertauschen. Dann tauschen wir... Der ist jetzt auch schon richtig. Der ist aber noch falsch. Stimmt, die Agonale können wir auch vertauschen. Genau. Da war ja was. So, jetzt haben wir die schon mal richtig. Der muss da runter. Tauschen wir die schon mal so durch. Dann... Tauschen wir... ...die so durch. Dann kann ich den nach da setzen. Den nach da verschieben. Ähm... Wow. Das hat es jetzt gebracht. Ich muss schon sagen, es ist kniffliger als erwartet. Ähm... Den kann ich nur damit vertauschen. Den kann ich damit vertauschen. Dann kann ich den nach unten setzen. Obwohl, das war auch wieder schwachsinnig. Aber egal. Dann tausche ich den damit. Den damit. Den damit. Dann kann ich den so tauschen. Der tauscht mit dem. Oh, das ist schwachsinn. Das ist einfach mit dem nicht. Den damit tauschen. Den damit. Den damit. Dann kann ich die schon mal wegpacken. So verkehrt sieht das schon mal gar nicht aus. Jetzt muss ich gucken. Den muss ich da rüber kriegen. Dann kann ich die schon mal tauschen. Und die. Jetzt muss ich nur noch den da hinbekommen. Dann mache ich das mal so. So. Und so. Und am Ende sind sie bunt. Ganz toll. Den schnappen wir auch schon mal. Den Kescher. Kescher. Wagenheberkurbel. Perfekt. Jetzt kann ich den Jack freien. Tada. Perfekt. So. Dann können wir wieder zurückgehen. Kann ich den irgendwie schon so irgendwie einsetzen? Er versuchte mich zu schützen. Das weiß ich schon nicht warum. Du musst dich mit Händen anfassen. Ja gut. Dann müsste ich eigentlich jemanden in Schüssel holen. Die sind zerrissen. Dann machen wir mal. Dann komme ich nicht weiter. Ah warte mal. Es gab doch hier noch Nadel und Fahnen. Da. Da. Dann nehmen wir das nochmal mit. So. Und eine Hausfrau ist natürlich schnell im Nähen. Zack. Was hast du denn? Welche wunderschönen Augen hast du. Du hast. Es sieht schlecht aus. Unfortunately. Ich weiß nicht, wie man Tiere heilen kann. Aber ich weiß vielleicht jemanden, der das macht. Eine Herzhälfte, ich würde mal sagen, dass wir wissen, wo wir hin dürfen. Ohne Scheiß, ich muss sagen, das Spiel macht richtig Spaß. Necklace? Welche Necklace? Schau mir. Mein Gott! Es kann nicht sein. Es gibt eine Heilungs-Salv-Rezäpe in meinem Buch. Bitte breche es und bringe es in den Kastlern. Ich versuche, ihn zu Hause zu halten. Hurry! Wunderschön. Heile Salve. Nimm Zauberwurz, den Schmerz zu lindern. Essirisches Kronen, das Blut zu hindern. Das Herz schlägt recht. Durch Liebesbären, Mondlichtsamen, Kräfte mehren. Alles klar. Ähm, wir brauchen eine Waage, wir brauchen Zauberwurz und den ganzen Krempel. Gehen wir mal da rein. Ein! Domino spielen, mal wieder. Mal wieder, Domino. Wir werden zu Domino-Profis, Leute. Wir dominieren hier bald alles. Ich weiß, der war schlecht, aber er musste einfach sein. Ähm, warte, den drehen wir mal ganz kurz rum. Ah, den können wir auch anders verändern. Perfekt. Na komm. So, ist fein. Dann setzen wir den nach da. Die Rosen behalten uns einfach mal. Gut, das wird jetzt eng. Mit den Balken da. Ähm, wir setzen hier erstmal die Grunde hin. Wir haben dann wieder einen Wassertropfen. Den können wir da hochsetzen. Einmal pflanzen. Äh, wieder Wassertropfen. Das ist nicht so das, was ich wollte. Egal. Fast. So, das. Äh, eine Bären-Tatze. Schon wieder Rosen. Was sagt ihr eigentlich gegen mich? Also ist schon wieder so ein leeres Feld. Ähm. Den können wir nach da setzen. Jetzt haben wir wieder ein leeres Feld frei. Zuerst setzen wir die Wassertropfen rein. Haben wir vielleicht wieder was Neues. Genau. Wir können nämlich dann nach oben durchziehen. Ähm. Die kann ich jetzt grad gar nicht verwenden. Okay. Ich geb mein Bestes. Aber das ganze mal so. Jetzt haben wir wieder Rosen. Alter Leute. Was soll ich mit Rosen? So. Mond. Mond sieht gut aus. Mond sieht richtig gut aus. Mond rockt. Und dann machen wir mal so. Das. Fuck. Das hätte ich hochsetzen können. Nicht das, was ich wollte. Aber es scheint ja zu früh zu. Warum Wasser? Mond und Sonne. Guck mal. Da schließt sich der Kreis. Dann können wir jetzt wieder Wasser setzen. Das ist ein Arschling. Fertig. Wir haben die Waage bekommen. Ich möchte endlich da hin. Da kann man ja schlecht was machen. Haben wir nicht. Wir haben aber eine Holzscheibe. Da fehlt ein Haken. Ich weiß nicht warum ich da nicht hin darf. Ich weiß es einfach nicht. Nein da will ich nicht hin. Lass mich in Ruhe. Nochmal gucken. Wir brauchen Zauberwurz. Also. Allgraune. Ein Geweih. Misteln. Und. Mondbohnen. Was soll ich denn hier in Mondbohnen auftreiben? Was zum Henker? Warte mal. Da kommt bestimmt der Stein rein. Guck mal. Jetzt können wir los schippern. Ein Nagel. Ich kann ein paar halb verwelbte Ranken erkennen. Ein Messer ohne ein Messer ist der Hobel nutzlos. Das ist korrekt. Das sieht ja schon mal gut aus. Das können wir glaube ich hier rein packen. Tada. Tür ist offen. Dann gehen wir doch mal rein. Mond scheint genau auf diesen Fels. Das ist gut. Das freut mich. Das ist kaputt. Ich brauche einen Ersatz. Das ist kaputt. Das Messer ist rostig und stumm. Ähm. Kann ich das hier wie schärfen? Nein. Okay. Ähm. Dann müssen wir wohl erstmal wieder zurück. Alles klar. Eine Hacke. Wunderschön. Da können wir bestimmt mit der Hacke das Ding da rauskratzen. Eine Wurzel. Hey. Wir haben eine Wurzel gefunden. Eine Wurzel. Eine Wurzel. Wieder ein Trubbild. Ähm. Ich habe eine Idee. Wir haben eine Hacke und wir haben einen rostigen Nagel. Wenn wir das jetzt mal verbinden. Können wir die Hacke vielleicht. Äh. Die Angel. Nicht die Hacke. Die Angel mitnehmen. Ähm. Das können wir direkt mal hier lassen. Da können wir nicht reingehen. Nein. Da will ich nicht drauf. Dann hole ich mir mal ganz schnell was hier rein. Schwupp. Perfekt. Man wollte eine Art Rinne oder Trog bauen. Das ist doch schön. Nur irgendwie muss ich jetzt die Triebe scharf bekommen. Und ich habe gerade kein was in Schimmer wie. Wir legen aber schon mal das Geweih hier hin. Und. Zauberwurz haben wir. Das Hirsches Kronen haben wir auch. Und. Ähm. Ja. Ja. Wo habe ich das Ding gefunden. Wo habe ich das Ding gefunden? Zum Schärfen. Da, ne. Genau. Ein Hobelmesser. Ein scharfes Hobelmesser haben wir gefunden. Perfekt. Dann wollen wir ja loslegen. Dann wollen wir da. Und da hin. Eine Rinne. Ich gebe mal Klappen aus, dass wir die hier reinbauen müssen. Ähm. Alles klar. So ist das schon viel besser. So. Natürlich ist das Zauberwasser. Und das wächst natürlich wie Sau. PTF. Jetzt sieht die Pflanze schon deutlich besser aus. Aber sie braucht Licht. Am Mond. Am Mond scheint genau auf diesen Felsbrocken. Ähm. Ja. Dann brauche ich eine Art Spiegel. Oder sowas. Haben wir sowas wie eine Art Spiegel. So ein Spiegel. Mal schauen. Wollen wir nochmal so in die Hülle gehen? Hier sieht auf jeden Fall nichts nach Spiegel aus. Kann ich dich nicht irgendwie öffnen? Vielleicht ist da ein Spiegel drin. Wer weiß. Ah. Mal Spiegel, Spiegel, Spiegel. Alles klar. Na komm. Das machen wir mal schnell noch eben das Dorndurchspiel fertig hier. Na komm. Das geht doch. Jetzt muss ich überlegen. Welche bringe ich denn der Beste? Gute Frage. Das war die falsche Antwort. Nein. Dann können wir schon mal nach oben gehen. Und weiter nach oben. Und weiter nach oben. Ähm. So. Nach da. Können wir nach da wandern. Und nach da wandern. Dann holen wir uns einmal einen. Einen davon. Und davon. Und davon. Und davon. So ungefähr. Das passt wunderschön da rein. Dann können wir vielleicht von da hochziehen. Wenn wir nicht rechtzeitig unten vorbeikommen sollten. Dann. Ziehen wir. Ach da weiter. Das wird da fertig werden. Das sieht. Gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Passt aber trotzdem. Gehen wir nämlich damit weiter. Tada. Und. Tada. So. So. Ein Spiegel. Das ist schön. Dann bauen wir die mal schnell rein. Ich würde am liebsten auch echt weiterspielen. Ah. Ja guck mal. Jetzt haben wir das endlich da. Haben wir alles. Rein mit uns. Da rein. Endlich können wir das gamle Buch eröffnen. So. Oh. October 23rd. He proposed and I said yes. A young noble and a simple village girl. It's like a fairy tale. October 25th. His family is against us. But we don't care. We will meet tomorrow in the woods. And leave this place for good. I'm so excited. October 29th. He didn't come. I went to the castle. But they told me he wouldn't see me anymore. I was only some toy of his. All his professions of love. They were all lies. Curse you and your heartless kin. Who summons the spirit of the abyss? Ah, yes. I see you as I see all. Yes, your disgrace will be avenged. The curse shall be bestowed. No, I... The pact is small. The price will be paid. I shall return to claim your own blood. Oh, what have I done? Alles klar. Wir haben... Einen bis zwei. Jawohl. Gut. Äh, das können wir dann schließen. Und... Das legen wir mal da hin. Und das legen wir auch mal da hin. So, jetzt machen wir aber trotzdem Schluss. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge davon. Das werde ich auf jeden Fall durchmachen. Und dann geht es mit dem nächsten Teil weiter. Es gibt in insgesamt drei Teile. Und da haben wir auf jeden Fall was zu tun. Und spannend sind die auf jeden Fall auch. Und es macht Spaß, rumzubasteln. Wir wünsprechen bis dann. Und tschüss.